Willkommen in diesem Minivan der Extraklasse. Ford B-Max Titanium mit Automatikgetriebe. Wir freuen uns über Ihren Besuch im Auto aus Wisman. Der Motor dieses B-Max ist Schadstoffarm Euro 5 und bekommt die grüne Plakette. Dank niedrigem CO-Ausstoß fällt die Steuer gering aus. Die Außenspiegel sind elektrisch verstellbar, anklappbar und in Wagenfarbe lackiert. Besonders viel Platz bietet dieser Wagen, der auf Fiesta basiert. Ohne lästige Säule in der Mitte können Sie bequem ein- und aussteigen. Zu den 17 Zoll Leichtmetallfelgen mit Sommerreifen bieten wir noch günstige Winterräder. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Die Sitze sind mit Lederstoffpolster bezogen und beheizt. Fußmatten gibt es bei uns natürlich dazu. Für Ihre Sicherheit stehen Sie im Airbag, ABS und ESP zur Verfügung. Nebellampen vorne, Active City Stop und die heizbare Frontscheibe. Die automatische Klimaanlage mit Pollenfilter sorgt für Wohlbehagen. Zum CD-Radio gehört auch eine Bluetooth-Freisprechanlage vom Typ Sync. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis. Auch telefonisch. Mit diesem geräumigen und praktischen Kleinwagen werden Sie viel Spaß haben. Als Titanium bietet der Wagen allen erdenklichen Luxus, ebenso die Automatik. Und damit nichts passiert, hat der Wagen zwei Jahre Garantie. Auf Wunsch verlängerbar. Schauen Sie doch mal vorbei und fahren Sie in Probe. Das Team von Wismar freut sich auf Sie. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten oder Ihr neues Auto gleich mitnehmen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen.